Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Update zum Patch 9.1 und wie ihr seht gibt es eine neue Karte und die möchte ich euch hier kurz mal vorstellen. Die Karte heißt Kharkov und ist eine Nachbildung einer wirklich existierenden Stadt, die auch Schauplatz im Zweiten Weltkrieg war. Die Stadt liegt heute in der Nordostukraine und war damals Teil der Sowjetunion. Die Schlacht lief wohl folgendermaßen ab, dass es hier dreimal einen Wechsel gab zwischen dem jeweiligen Besitzer der Stadt. Am Ende hatte dann kurz vor der Schlacht von Kursk zumindest die Panzerdivision SS hier den Vorteil und war aber dann so geschwächt von dieser Schlacht, dass sie an der Schlacht von Kursk nicht mehr teilnehmen konnte. Also ja, eher eine Paz-Situation. Am Ende wurde die Stadt dann natürlich wieder von den Sowjets erobert. Gut, jetzt mal kurz zur Karte oder beziehungsweise jetzt erstmal zur Karte. Wir sehen auf der linken Seite hier ein relativ starkes, offenes Feld mit zwar nicht ganz so viel Cover, nicht ganz so viele Bäume, wie wir sehen, aber dafür recht offen. Das wird wohl eine sehr, sehr beliebte Position sein für Leute, die schnelle Panzer haben. Ich schätze, Mediums werden hier versuchen rumzuflanken. Vielleicht wird man auch Artillerie hier sehen, die versucht hier den ein oder anderen Schuss auf die Herumfahrenden oder Herumirrenden zu erwischen. Das wird aber, glaube ich, nicht Hauptteil der Schlacht sein, denn wie ihr seht, wir haben hier in der Mitte sehr viele große Gebäude mit guter Deckung und dort wird bestimmt dann auch der große Teil der Heavy Tanks hinfahren. Und insgesamt ist das Ganze ja schon interessant, wie diese Karte aufgebaut ist. Und das liegt auch daran, dass sie historisch sehr akkurat ist. Wir sehen auch Luftbilder von dieser Karte und die sehen mehr oder weniger genauso aus wie unsere Minimap jetzt. Was ein bisschen natürlich sich verändert hat, ist wahrscheinlich, wo die Schuttberge liegen, wie genau die Bäume und so weiter angeordnet sind. Was mich irritiert, beziehungsweise wo ich doch ins Grübeln gerate, wenn ich diese Karte sehe, ist die sehr, sehr großen Plätze. Also es wird ja auch mehrere Ausfallstraßen geben, die mehr oder weniger ohne irgendwelches Cover, ohne Deckung, ohne irgendwelche Büsche, hinter denen man sich verstecken kann, ist. Also ihr seht das auf der Minimap, es gibt vier Ausfallstraßen mehr oder weniger. Dort wird man sich sehr, sehr schwer verstecken können. Und damit natürlich hat man von diesen Ausfallstraßen, wenn man sie, wenn man zum Beispiel jetzt den Platz, den wir gleich sehen werden, erobern wird, oder wenn man die äußere Flanke erobern wird, gute Möglichkeiten, in die Ausfallstraßen hineinzuschießen und vielleicht damit die Mitte etwas aufzureiben. Also das kann ich mir taktisch sehr interessant vorstellen. Was ich allerdings noch nicht sehe, ist, dass dieser Platz, den wir jetzt hier gerade sehen, irgendwie von einer taktischen Bedeutung sein wird. Höchstens, wenn man hier noch ein Encounter-Battle einführt, wo man dann hier die Flagge hinsetzt. Das kann ich mir vorstellen. Ansonsten sehen wir einfach, dieser Platz ist viel zu offen. Es gibt sehr, sehr wenig Deckung. Es gibt ein bisschen, ein paar Positionen, wo man sich Hulldown hinstellen kann. Aber ganz im Ernst, da ist die Position einfach zu unwichtig. Ich schätze mal eher, dass die wirklich wichtigen Ereignisse dann eher so hier stattfinden werden. Diese große Straße hier, die so ein bisschen die beiden Basen verbindet, auf der etwas linken Seite, die wird bestimmt auch sehr interessant werden. Aber was man hier jetzt zum Beispiel auch sieht, es gibt wenig Bäume und so, die man wirklich benutzen kann, um vielleicht sich ein bisschen Deckung aufzubauen. Und diese sehr, sehr langen Straßen werden bestimmt, vor allem für Leute, die Tank-Destroyer mögen, sehr, sehr vorteilhaft sein. Ja, hier wird bestimmt, also hier sind ja, das ist ja quasi jetzt so der Mittelpunkt der Karte. Und hier wird, glaube ich, der Hauptschlacht stattfinden. Wir sehen, von rechts oder von hinten und von vorne kann man jeweils mit Artillerie eigentlich auch relativ gut reinschießen. Wir haben hier, wenn man sich an die rote Position stellt von der roten Flagge, kann man hier komplett draufschießen eigentlich als Artillerie. Die Heavy-Tanks werden sich bestimmt an diese kleinen Häuser, die es dort in der Mitte gab, randrücken. Und ich glaube, es ist auch, diese Karte ist auch so ein bisschen der erste Versuch, mit diesen neuen Physics zu spielen. Also es sollen ja mit der Havoc-Engine dann auch wirklich diese dicken, großen Häuser zerstörbar werden, zumindest zum Teil. Und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass diese Karte für sehr, sehr gut geeignet ist, dass man wirklich taktisch bestimmte Teile der Karte kaputt macht, um dann besser an den Gegner heranzukommen. Oder, ja, vielleicht auch als Gegner sich dann hinter dieser Deckung neu versteckt. Ja, berichtet mir doch mal, wie ihr eure Meinung nach diese Karte empfunden habt. Ich finde sie auf jeden Fall sehr spannend. Sie sieht überhaupt nicht so aus wie andere Karten, meiner Meinung nach. Also viel, viel offener, viel, viel breiter von den Straßen. Das liegt bestimmt auch daran, dass sie historisch korrekt sein soll. Aber ich weiß noch nicht genau, ob das so viel besser sein wird und ob das so viel zum Spielspaß beitragen wird. Also ich würde mich freuen, wenn es dazu eine Diskussion in den Kommentaren gibt. Schreibt mir einfach und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Liriax. Ich danke dir.